Heute, Leute, werden wir uns in ein neues Spielzentrum einschleichen. Das beste Zentrum Zypern, Freunde. Kennt ihr es? Leute, stellt euch vor, dieses Spielzentrum ist so riesig, dass es sogar eine ganze Bowlingbahn hat. Leute, worauf wartet ihr noch? Gehen wir rein und verstecken uns. Ja, 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 Leute, darauf sind wir in den Start. Schaut mal her, hier oben ist schon alles ganz leer, Leute. Ja, die Sache ist, dass es in 10 Minuten schließen wird und wir müssen uns schnell irgendwo verstecken. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Wir müssen uns trennen. Komm schon, Leute. Ich habe hier einen Platz gefunden. Viel Glück, Ravario. Ich verstecke mich auf dem Spielplatz drinnen. Ich gehe lieber mit dir, Stas. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich verstecke mich hier in diesen Wellen. Leute, ich bin angegraben und niemand wird mich sicher finden. Also, gut, Stas. Begrabt mich noch ein bisschen. Noch ein paar Bälle. Leute, schaut euch diesen riesigen Spielplatz an. Fantastisch einfach. Ich muss mich irgendwo verstecken, Leute. Bis wir alleine hier sind. Ich gehe nach oben. Freunde, ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo ich mich verstecke. Ich werde mich da drüben verstecken. Ich gehe zuerst hier durch und verstecke mich hier drinnen, Freunde. Gut so. Ja, ich bleibe hier, bis alle das Licht ausmachen. Und bis wir komplett alleine hier sind. Also, ruhig. Freunde, schaut euch nur diese coole Bowlingbahn an. Ich kann es kaum erwarten, hier mal zu spielen. Aber zuerst muss ich mich irgendwo verstecken. Also, Leute, ich habe schon dafür eine richtig, richtig coole Idee. Also, schaut her. Also, ich werde mich hier hinter der Mauer verstecken. Und ich hoffe, Freunde, dass mich hier niemand bindet. Und ihr tut es auf keinen Fall auch. Also, pssst. Oh, es ist Zeit zu schließen. Ich sehe mich in der Gegend, wo man alle weg sind. Oh, mein Gott. Er kommt auf mich zu. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Freunde, jetzt ist es absolut still. Und ich glaube, dass das Spielzentrum gleich schließt. Also, schauen wir mal. Ich überprüfe noch den Spielplatz. So, Schuhe. Jemand muss sich hier wohl vergessen haben. Okay, Freunde. Irgendwo ist das Licht schon ausgegangen. Und? Oh, Freunde. Er geht direkt an Odyssee vorbei. Manu, ich hoffe, er findet dich nicht. Shh. Oh. Freunde, zum Glück ist er jetzt weg. Gut, wo geht er jetzt als nächstes hin? Er kommt her. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Er kommt her. Ich verstecke mich. Alles klar. Ich gehe zur Bowlingbahn. Großartig. Er ist weg. Er geht zur Bowlingbahn. Schau nie mal. Leute, er kommt in meine Richtung. Ich muss vorsichtig sein. Wenn er mich findet, dann bin ich raus. Shh. Leise, ganz leise. Shh. Freunde, ich glaube es nicht. Er ist direkt an die Mord vorbeigelaufen und hat ihn nicht gesehen. Ich hoffe, dass das Zentrum endlich schließt. Und wir bleiben dann alleine. Da niemand da ist, schließe ich das Zentrum. So, ich kann nach Hause gehen. Wir sind zu. Five minutes later. So, Freunde. Wir sind alleine geblieben. Ich gehe zu den anderen, um zu schauen, was sie machen. Ich hoffe, der Besitzer hat sie nicht gefunden. Irgendwo hier ist Odissee. Irgendwo hier. Odissee, wo bist du? Odissee. Ich wurde fast von dem Besitzer gesehen, der neben mir vorbeigegangen ist, trat mich aber zum Glück nicht gesehen, weil ich mich sehr cool versteckt habe. Bravo, Odissee, du Gamer. Du bist ein Spieler. So, wir müssen die anderen Kerle finden. So, rufen wir sie. Justus, du hast recht. Lass uns sie rufen. Simon, Rapario. Kommt raus. Wir sind alleine. Hey, Leute. Er hat mich nicht gefunden. Leute, ich bin hier. Kommt schon. Ja, Leute. Ja, Leute. Wir sind alleine hier zusammen. Haha. So, 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 so. Jetzt werden wir das Licht anmachen. Wo schalten wir es an? Ich weiß es nicht. Irgendwo dort, Freunde. Ich habe gesehen. Irgendwo dort. Toll. Worauf warten wir noch, Leute? Lasst uns das Licht anmachen. Und los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon. Lauf. Rapario, wo bringst du uns hier? Ich bin mir sicher, dass es hier ein Schild gibt. Bravo, bravo für mich. Ich glaube, ich kann jetzt anmachen. Schaut mal. Komm schon, Rapario. Mach es an, Mann. Mach es an. Schalt's. An. Woher geht's jetzt? Jetzt geht's los. Keine Sorge. So, so. Hahaha. Oh. Mach an, mach an. Mach an. Mach, komm schon. Ja, Leute. Ja. Und wir gehen spielen. Gehen wir spielen. Ich habe hier ein Licht angemacht. Freunde, hier werden die ganzen Spielautomaten sein, die ich liebe. Und mein Platz wird auf dem Spielplatz sein. Und ich gehe zu den Spielsachen, Freunde. Hahaha. Und ich und ich werde mit dir zum Spielplatz gehen, weil wir GL Army sind. Komm, wir gehen zum Spielplatz. Hahaha. Freunde, hör zu. Hier ist es einfach himmlisch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns ein Spiel aussuchen. Kommt mit mir mit. Freunde, es gibt eine ganze Rakete mit Lenkrad. Und ich bin fast wie bei Formel 1. Ich weiß nicht, was ich auswählen soll, um das hier zu spielen. Hier gibt es so viele coole Sachen. Freunde, was ist das denn hier? Es ist riesig. Ich glaube, genau hier werde ich da am Anfang. Oh, Freunde. Es ist für zwei Spieler. Ich glaube, ich fühl Grafario zu. Schaut, Freunde. Man kann das Rennen hier machen. Rafario, komm her. Lass uns ein Spiel spielen. Hey, Dibon. Ja. Ja, ich komme. Hey, Rafario. Was, was, was? Dieses Spiel braucht zwei Spieler. Also lass uns das zusammen spielen. Komm schon, komm. Ich bin bei dir. Wie immer. Also los geht's. Dibon, hier sind zu Transformers gewonnen. Wir rümpfen dir etwas Kleingeld ein und los geht's. Los geht's. Wohnt ihr einen Krieg? Wir geben euch einen Krieg. Los geht's. Du, Gier, mach mich. Rafario, schieß draus. Komm schon, schieß. Schieß, komm, 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 komm. Schieß drauf. Ja, schieß. Mann, das ist das beste Erlebnis von meinem ganzen Leben. Interessant, wie Odyssee seine Zeit verbringt. Und das ist er. Odyssee, ich bin sicher, wir werden besser als Rafario und die Manns die Zeit verbringen. Ja, Stasi, stimme zu. Aber womit fangen wir jetzt an? Mit Fußball? Oder mit dem Rutschen? Odyssee, ich schlage vor, wir beginnen mit dem Rutschen zum Aufwärmen. Und dann werden wir Fußball spielen und ich werde dich besiegen. Ja, mein Mann. Stars, folgt mir. Lasst uns die ungewöhnlichste Rutsche hier runterfahren, die ich je gesehen habe. Komm schon, die Odyssee, komm schon. Ich bin direkt hinten. Schau, das ist sie. Das ist keine gewöhnliche Rutsche. Es ist eine Art Seltsame. Ja, sie ist komisch. Okay, Stars, schau mir zu. Ja, komm schon. Los. Stars, was? Coole Rutsche. Sehr ungewöhnliche. Kurz gesagt, gehen wir weiter. Ich komme, Stars. Odyssee, wie kann das sein? Hast du dir wehgetan? Oh Mann, du sitzt. Ich weiß es nicht, Stars. Ah, Mann, Odyssee, du bist ein Nubus. Komm, Luf. Komm, komm, folg mir. Komm, wir geht. Stars, Stars, passt doch hier rein. Und an diesen Stöcken bleiben. Siehst du, wie ich einpasse. Komm schon, Odyssee, komm schon. Was denkst du, bin ich so fett geworden? Ach, Ruhe, Ruhe. Ich passe gut rein. Hier, halt die Kamera. Nimm sie. Großartig. Komm, Stars, komm rein. Ja, ja, ich komme da rein. Ich passe da rein, ganz ruhig. Es ist ganz leicht. Ganz leicht. Oh, ich bin hier, Odyssee. Ich bin so dünn wie eine Röhre. Komm schon, Stars, du was. Jetzt gehen wir rutschen. Komm schon, komm schon. Los geht's. Also, Stars, bis bald. Tschüss, Odyssee. Bis bald. Komm schon, du was. Du passt doch nicht mehr rein. Alles klar, Freunde. So, ich gehe da nicht rein aus irgendeinem guten Grund. Ich gehe von der anderen Seite. Komm schon, Stars, ich warte auf dich schon 500 Stunden. Ich komme. Ja, Leute, ja. Und jetzt ist es Zeit, Fußball zu spielen. Komm schon, ich werde dich zerschlagen. Interessant, was die Mon und Rafari wohl tun. Rafari, du bist ein Loup. Hast keine Ahnung, worauf du schießen sollst. Vielleicht kann ich nie gut schießen, aber ich bin ein Superfahrer. Alter Schuller, verstanden? Superfahrer? Mal sehen, wer der bessere Fahrer ist. Komm. Komm mit, fangen wir an. Mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad. Los geht's, los geht's. Ich bin bereit. Schauen wir mal. Setz dich hoch. Auf die Plätze. Also, auf die Plätze. Auf die Plätze. Toll, Rafario. Mach dich bereit, wieder zu verlieren. Das werden wir ja sehen. Nein. Nein. Du kannst mich gar nicht schlagen. Nein. 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 Na los, na los. Easy peasy, lemon squeezy. Freund, er stellt sich heraus, dass es voll schwer ist. Ah. Oh. Ey, was machst du da? Ey, lass mich in Ruhe. Mach das nicht, ich spiel doch. Rafario, du Betrüger. Warum machst du das nur? So. So ist das. Ich hab gewonnen. Nur was, nur hast verloren. Nur hast verloren. Nur G&Ali. Hörfänger, glück mal. Schaut mal, das ist der beste Ort, wo man seine Zeile verbringen kann. Hahahaha. So viele Spiele. Super, super. Cosmic World. Freunde, alle zu Cosmic World. Freunde, ich spiele jetzt ein Spiel in OVH, Leute. Das heißt, ich werde wirklich in einer anderen Realität sein. Ich setze die Brille auf und kann sehen, was passieren wird. Also, lasst uns das ausprobieren, Leute. Ja, Timon, cool. Aber dann gehen wir hier zum Bowling, okay? Das Spiel beginnt, Leute. Ein Fehler, ein Fehler. Komm schon, komm schon, oh, was ist das? Ich versteh's nicht, oh mein Gott, was ist das? Freunde, er sieht das, was hier auf dem Bildschirm zu sehen ist. Genau hier, hier. Komm schon, komm schon, Timon. Boom. Ja, es ist alles so real und es ist auch schwer, Leute. Oh mein Gott, wie funktioniert das? Das ist sehr, sehr cool, lieber. Vorsicht, Vorsicht. Aufgepasst, aufgepasst. Ich rase. Ich fahre, ich fahre hier. Nein, ich kann nicht gehen. Shit, Timon, geh nach links, geh nach links. Wo ging du? Ich kann nicht mehr. Nach rechts, nach links, nach links, nach links, nach links. Na, komm los, na los. Gib das Gas, gib das Gas. Komm schon, Timon, du weißt nicht, wie das geht. Wir gehen zum Bowling, schau mal. Gute Idee, gehen wir besser zum Bowlen. Also, Odisee, lass uns jetzt Fußball spielen. Jetzt du gegen mich. Und der, der verliert, bekommt einen Schlag auf die Fresse. Oje ist das, ich bin bereit. Okay, lasst uns den Krieg beginnen. So, und ihr Freunde, bitte folgen, denn ich kenne einen Omen. Wer in den nächsten fünf Tagen abonniert, wird 50 Euro auf der Straße finden. Abonniert bitte, damit ihr Glück habt. Bitte folgen. Und bitte uns unterstützen. Nur GL Army, komm schon, Odisee, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Hurra! Was ist los, Loser? Ich bin Ronaldo und ich werde es dir heimzahlen. See you. Und ich bin Messi. Ich bin besser als du. Komm schon, komm schon. Hoppala. Sieh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Stoß, du hast einfach Glück gehabt. Jetzt wirst du sehen, was ich mache. Komm schon, komm schon, komm. Steh auf, steh auf. Ist das nein? Nein, nein. Komm, mach neute. So ist das gut, ja. Ah, jetzt wirst du sehen, Ronaldo, bin drin in mir. Du wirst dich sehen. Komm, komm, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, 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 ah. Freunde, schaut mal. Oh, oh. Oh, was ist das? Schafft doch. Fußballspieler. Gewinner. See you. Also, ich sehe, wir haben einen Unentschieden. Einverstanden? Natürlich, einverstanden. Großartig. Oh, oh, oh. Tschüss. Hey. Lass uns Autospielen. Also, Dämon, bist du bereit für die nächste Bowlingsschlacht? Ich bin immer bereit zu bowlen. Es ist das erste Mal, dass ich bowlen gehe. Ich auch. Jetzt wollen wir mal sehen. Na los, also, ich fange an. Oh. Wie geht das? Etwa so? Oh, ja. Oh, ja. Ich hab es. Ich habe getroffen. Das ist Ravario. Null-Tier-Army. Ich hätte fast gewonnen. Es fehlen nur zwei. Jetzt bist du dran. Ha, ha, ha. Ravario, du spielst doch zum ersten Mal. Wie hast du denn fast alle getroffen? Also, ich werde jetzt werfen. Also, schaut her. Eins, zwei, drei. So. Oh. Wirklich, es ist jetzt zwei gegen zwei. Wie kann das sein, dass es kam? Komm schon, spiel, du kleine Noobs. So muss es sein, so. Na gut, dann machen wir es eben ein zweites Mal. Ich bin bereit. Oh, ja. Loser. Ich hab verloren, verloren, alles verloren. Das ist deine Schuld. Komm, komm, komm. Das ist alles deine Schuld. Oh, ich hab verloren, Ravario. Das ist alles deine Schuld. Lass uns gleichzeitig werfen. Dann sehen wir gewinnt. Okay? Los geht's. Komm schon, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. D-Mann, D-Mann, D-Mann hat gewonnen. Es ist die F-Mann. Es ist die F-Mann. Es ist die F-Mann. Es ist die F-Mann. Der loser Ravario und D-Mann Danger. Das bin ich, Freunde. Das bin ich, Freunde. Ein echter Profi. Und jetzt, Freunde, werden wir Elektroautos fahren. Ja, in diesem Zentrum gibt es alles. Ich empfehle euch, Freunde, kommt unbedingt hierher. Es wird euch sehr gut gefallen. Okay, Odyssee, lasst uns unser Rennen beginnen. Komm schon. Hm, welches Auto soll ich auswählen? Dieses oder jenes? Ich nehme dieses Auto. Und ich bin sicher, dass ich gewinne. Freunde, welchem Auto ist es ähnlich? Einem Lamborghini oder einem Ferrari? Schreibt in den Kommentaren. Leute, ich habe dieses Auto ausgewählt. Ich fühle mich sehr cool damit. Okay, Odyssee, du bist erledigt, mein Junge. Gab schon, tschüss. 20 Minutes später. Leute, wir sind müde, wir haben Hunger. Jetzt gehen wir in die Bar, etwas zu essen. Und ich werde Kellner sein. Guten Abend, Sir. Weil, kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern Chips mit Ketchup-Geschmack und etwas zu trinken dazu. Natürlich. Stars, der Papa, Staff, Chef und Kellner bezahlt alles. Nimm alles als Geschenk vom Kellner. Nenn das. Ja, vielen Dank, Stars. Du bist echt so lieb. Hör mal, Kindchen, was willst du denn hier, Bruder? Also, ich möchte ein Überraschungs- ein Chips mit Essig-Geschmack und etwas zu trinken. Kein Problem. Easy peasy, bitteschön. Vielen Dank. Und alles andere, was du gewünscht hast. Vielen Dank noch mal. Oh, Glatzkopf, unser Glatzkopf. Ha, 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 ha. So. Ich möchte einen Riegel und einen Saft, bitte. Natürlich. Stars, der Papa, Star, Chef und Kellner, bitteschön. Oh, vielen Dank. Setzen Sie alles auf mein Konto. Meine Schicht ist vorbei. Ich gehe auch mal was essen. Und nun guten Appetit, Freunde. Ja. Ja, Stars. Ich glaube, wenn wir gegessen haben, gehen wir nach Hause, weil er schon dämmert. Ja, die Mann, ich stimme zu. Aber bevor wir gehen, sollten wir das Geld für alles, was wir verbraucht haben, okay? Ja, Freunde. Wir hatten hier eine sehr tolle Zeit. So, Freunde. Das war unser Video. Wenn es euch gefallen, bitte liken. Und abonniere den Kanal. Wirklich auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wir sehen uns.